bonjour madame et bis hier zu einem weiteren letzten Play von The Hit, nachdem der Bug hoffentlich beobenen ist. Oh oui, wir können es aufmachen auf jeden Fall und mal gucken ob wir auch ... ja, können wir es machen, alles klar. Ja, äh, dann geht es jetzt hier fröhlich weiter mit dem Verküven. MNM, wo kommst du da hin, wo kommst du mit raus, war ich nicht. So, äh, 200, ok. Hopper Ohr? Iron Ohr. Alter, eins kostet 7 Dollar. WTF, ne auf gar keinen Fall. Äh, dann holen wir uns aber ein bisschen Clay. Ich würde mal sagen, 100 Clay zu reparieren, der Dinger sollte reichen. Hä? Okay, ich kann noch nichts ... wir brauchen das Geld in der Hand, der zieht das nicht automatisch davon ab. Okay, dann mach das mal. Aber das heißt, wir müssen uns das ganze Alter 7 pro Eisenerz, das ist heftig. Also, das wäre als wenn wir jetzt für diese 99, sagen wir 100, äh, 700 Dollar kriegen würden. Aber wir brauchen auch nicht mehr viel. Zumindest für das Minimum. Äh ... Äh ... Gib uns, damit wir Clay bestellen können, das Geld. Wir brauchen Clay. Ich mache den Clay-Tanz. Ja, 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 yeah, yeah, ja, ja. Klee ... Ah, Klee ... so habe ich das kupfer nicht reingelegt ich weiß es nicht wahrscheinlich weil ich sehr schlau bin 100 klebte dank in einer minute ist es hier das kupfer tun wir da auch ein gewichtstechnisch denke ich noch ein vorteil so dann haben wir noch super great koto und great koto und sollten schon immer mal haben alles gut ach so wir haben unsere gieß kann natürlich auch nicht mehr die für 30 dollar oder so gekauft haben jetzt kommt das erst mal da rein wir brauchen das nicht alles da drin wir können dann auch ruhig was raus gehen als wir es brauchen und jetzt mit klem reparieren ach so gott das kriegen wir doch niemals hin macht die tür zu macht die tür zu macht die tür zu macht die neue logo lockt Lockt. Jawoll. So. Die Türen machen mich noch wahnsinnig irgendwann. So. Ja, dann können wir das leider nicht gießen. Aber wir halten es mal im Auge. Was ist mit dir? Wollte ich reparieren. Stein, okay. War das, was wir nicht dabei haben. Jetzt haben wir 100 Clay einfach so dabei, die gehe ich jetzt da rein. Weil wir sie nicht mit Wuchstaben machen. Können wir später ausführen. Hallo. Hallo. Und das Wut. Ob es Forest ist, Stranded Deep oder Heat. Ich habe das Gefühl, mein Lebensinhalt besteht nur noch daraus, irgendwie Holz zu farmen. Man könnte, glaube ich, auch Sticks als Feuerquelle nehmen. Allerdings brennen die nicht so lange. Und glaube auch nicht so heiß. Heu ging auf jeden Fall beim Feuer. Ja. Hä? Deckt sich hier Coils. Ähm, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ja, beste Bauweise der Welt. Wir brauchen erstmal Holz. Dann holen wir das Eisen raus. Wir starten das. Erst wenn das Eisen drin ist. Oh, was haben wir denn hier? Ey. Was haben wir denn hier? Du bist nicht da? Arsch. Was tut mir? Rollerpilze. Die sind überall. Ähm. Braucht ein trockendes Holz. Freude. Was bist du? Das ist ein Stein. Ja, ja. Das ging ja nicht. Soweit ich mich erinnere. Ne. Ne. Und das ging glaube ich auch alles nicht mehr, oder? Doch, das geht. Sehr gut. Okay. Habe ich respawnt. Aber ihr wisst ja wie viel Holz wir gleich brauchen werden. Drei Milliarden. Und ich habe vergessen den Timer anzumachen. Weil ich sehr schlau bin. Wozu habe ich den überhaupt da? Weiß es nicht. Wahrscheinlich damit es nicht so leer aussieht von mir. Okay. Was ist bei dir? Gut. Gut. Jawoll. Ihr habt keine Ahnung wie viel Butt ich schon gesammelt habe, um das komplette Hauseimer zu reparieren. Aber sollten wir es schaffen, das mit den Timber Doors. Und sollte es da kein Cheat oder sowas geben. Also das einzige was denen bleibt ist dann hier nur noch zerstören. Und das kostet echt, das ist echt anstrengend. Die können ja nicht eben mal Belagerungswaffen vom Ende der Welt hier her schleppen. Und wenn, dann wäre das richtig assi. und ich. Und das … Was war jetzt? Eik. Das war jetzt. 2 Die werden jetzt mehr mit Holz geredet. Die werden jetzt naus. Die werden vor. Ich habe hier eine Menge Stein, aber nicht viel Holz. Laxböhr, das nicht da ist. Und das verstehe ich nicht, wenn man auf Bäume haut, dass man mehr Sticks als Holz kriegt. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Hier ist was. Ich glaube, so 600 sollten reichen. Ja, aber 600 Holz. Heftig. Wir müssen auch unbedingt noch was am Balancing machen. Was? Ja. Hier ist. Nix. Das hatten wir schon versucht. Dann erstmal zurück. Die Vöglein Zwitschaden. Was ist mit dir? Nix ist mit dir. Wir holen das Clay da raus. Weil das brauchen wir ja nicht. Ich dachte, das brauchen wir dafür. Und tun sie in die Truhe. Irgendwas werden wir es bestimmt noch haben. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Ich hätte es echt gerne im Haus gehabt. Ich wusste nicht, dass es zwei Etagen braucht, um zu funktionieren. So. What was? Ah. Clay Gang rein und du kommst raus. die beiden kommen auch schon mal raus ja ja mit alles wieder gut noch die stich meine freundin nein nein hallo auch wenn sie es knacken können ich mag es ins blog das das ist das und dann das so das reicht erst mal es kommt in die man kann von dieser nur eine bauen schon längst einer zweiten etage wo eine versteckt aber steigen ja gleich alles klar ach komm das feiber und so kann auch erst mal hier rein jedes bisschen zählt jetzt müssen wir wieder farben gehen stein und wie gesagt es tut beleid ich hätte echt andere sachen gezeigt aber es wäre mir wirklich wirklich eine freude wenn wir diese thema türen hätten ich kümmer drauf und daneben dann geht es okay oh nein blickwinkel geht jetzt ein bisschen blöd was mit dir das ist alles fake alles fake was mit dir du bist kein fake ne du bist auch fake es hat so eine spezielle verfärbung ich frage mich das was bedeutet ob es einfach nur verschiedene modelle gibt und das ist eines von dem ohne spezielle bedauung was mit dir willst du mit mir mitkommen nein willst du nicht also mit mir bist du bist ein einmal stein ein einweg stein du auch du bist eigentlich kein einweg stein ne aber du willst gerade nicht alles klar dann nicht Einwegstein? Einwegstein. Iron Ore ist das, was wir am aller dringendsten brauchen. Saphir-Giode, woher auch immer. Wir können ja gleich mal das Feuer anschmeißen und gucken. Hier haben schon einige Odis irgendwo noch in unserer kleinen Kiste. Ey, diese Fake-Steine, ne? Die nehmen irgendwie überhand. Das sind ja alles Fake-Steine jetzt. Du nicht, okay. Du bist ein Freund. Aber schnell weg. Mit dir. So, aber wenn wir mal so weit sind, dass wir alles ... Na, sagt schon. Alles abgesichert und zugemauert und so weiter haben. Dann gehen wir wieder auf Reisen. Leicht bepackt. Eine Waffe müssen wir uns daran machen. Aber erst mal erst mal. Ich habe ... Ich fürchte, dass das mit den Türen noch dauern wird. Hier, 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 hier. Ja, gut. Ich gehe schon zurück. Hier wächst irgendwas. Das sind Bohnen auf jeden Fall. Äh ... Eisen. Dann, äh, Moment. Machen wir das so. Dann packen wir das Eisen noch dahin. So. Äh ... Äh ... Ich meine, ich flüste auch rein gut. Ja ... Wiegt mir nichts. Äh ... War einfach nur mal ein Test. Kopf heiß genut. Wir sind ja gleich soweit. Ja, und, äh, das Ding ist, äh, wir brauchen sieben. Wir haben noch nicht mal eins geschmolzen. Äh ... So ... Da wir aktuell jetzt nicht so viel Geld brauchen, schleudern wir nur mal einen Stein. Der Rest kommt wieder in die Kiste da drüben. Oh, das ist kupferhaltig. Na ... Vergessen. Sonst noch irgendwas? Ähm ... Ähm ... Ja, hier. Ein Read. Äh ... Und, äh ... Hier. Common Flower. Common Flower. Have some fun. Und ein Red Pop. Die vergammelt eh. Ob wir irgendwas damit machen können. Äh ... Blatt und Oil Shade. Okay. Mixed Seeds. Und dann Receive. Vielen Dank. Dann ... 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